der dax wie bestellt so geliefert könnte man fast sagen der letzte schub dem wir letztens angesprochen haben das ist natürlich kein beweis dass das wirklich der letzte ist aber ein indiz zumindest mal dass wir unsere fünffälligkeit hier auch auf dem letzten schwung noch hinbekommen hatten wir hatten ja schon mal erzählt 1 hier pause zack drei pause und hier hatten wir hinten noch mal gesagt eins pause drei hoch vierte pause und den wollten wir sehen und der dachs hat gehört hat gesagt dann machen wir das auch so nein das natürlich quatsch aber es ist nicht so untypisch dass so eine fünfte welle eben noch mal kommt hier im kleinsten haben wir das jetzt tatsächlich bekommen heute der markt nach oben gegeben und der tag ist noch nicht vorbei aber ja schon ein gutes stück ins land gegangen und wir sehen die tageskerze jetzt vorsichtig wir hatten gestern über kerzen ein bisschen gesprochen und das ist bliebe es so das wissen wir noch nicht vorsichtig die kerze ist noch nicht zu ende aber das was wir hier sehen ist ein shooting star und das ist eine typische umkehr kerze shooting star deshalb weil der kurs von unten kam jetzt so eine kerze falls sie so bleibt wäre durchaus ein zeichen für die abwärtsseite allerdings keine sorge das ist kein zeichen für dax 8000 oder für irgendwie was auf halber strecke sondern es sagt nur so ist mal wieder pause auf dem weg nach oben wie weit runter das verrät diese kerze tatsächlich nicht aber es ist ein typisches umkehr verhaltens muster was sehr sehr gerne an wendemarken eben steht nicht immer aber wenn ihr sowas seht solltet ihr sagen ich bin zumindest mal darauf gefasst wenn der kurs dann ein bisschen drunter bricht also spricht das tief des tages dann hier durch stößt nach unten dass es dann noch ein wenig weiter geht jetzt wäre es natürlich schick wenn ich hier beispiele finden würde aber richtige beispiele haben wir an den wendepunkten jetzt nicht aber lasst euch gesagt sein das ist nicht untypisch ganz klarer shooting star wenn es wie gesagt so bleibt aber noch haben wir ein bisschen zeit heute anderthalb stunden so circa hatte dort hat der deutsche markt noch hat der dax index jetzt also noch zeit dieses muster zu vollenden und wer weiß wenn es jetzt doch noch mal nach oben stürmt kann es natürlich eine richtig große grüne kerze noch werden aber das mal als hinweis für die feierabend gucker unter euch schaut euch diese kerze mal an bleibt sie in etwa so also ganz kleiner körper und langer tail auf der oberseite ist das ein indiz dass es morgen ein bisschen weiter runter geht und wir hatten ja mehrmals jetzt schon angesprochen dass es generell auch nach diesem anstieg jetzt mal ein rücksetzer in diese richtung geben kann das ist jetzt noch keine verheißung dass diese kerze jetzt diesen rücksetzer hier los tritt aber zumindest mal ein hinweis dass wir darauf achten sollten ob die nächsten tage dann eher abwärts gerichtet sind und ob diese korrektiv wie wir das hier hatten beispielsweise 15 minuten chart oder ob das eine in impulsive bewegung also irgendwas was so ähnlich wie hier da nach oben allerdings oder wie hier nach oben aussieht das wäre die jeweils starke richtung hier nach oben wenn die jetzt hier nach unten kommt dann haben wir ein indiz dass der markt vielleicht vorläufig erst mal dreht und vielleicht ja das ist keine ankündigung sondern nur ein potenzial was sehr typisch wäre das potenzial hat hier unten irgendwo zu landen in der klassischen korrekturzone die für einen rücksetzer prädestiniert wäre wir hatten sie jetzt mehrmals aufgezeichnet also diese tiefs beispielsweise diese tief marke hier das letzte anstieg stück sozusagen das ist relativ häufig als ein rücksetzer ich kann mir vorstellen manch einer denkt auch an diese marke aber ich denke mal im wesentlichen dürfte das dann 14.000 13.700 irgendwo in der richtung eine realistische chance geben wenn es hier jetzt tatsächlich zu dieser rückwärts bewegung kommt so mehr kann ich hierzu im moment nichts sagen hier aktuell hat man so ein bisschen den eindruck wir können es im dax future noch mal angucken dass sich das tatsächlich in einer art fünf feller hier dann noch begeben wird allerdings fehlt dann noch ein stück wenn ihr das nachher seht dass es so aussieht und dann im gegenstück nur korrektiv nach oben dann hätten wir sozusagen das umkehrstück zu hier 1 2 3 4 und 5 und anschließend noch mal die aufwärtsbewegung ihr könnt euch immer so ein bisschen orientieren dreiwellig ist ja korrektiv die ist aber viel größer als die also die beiden gehören wahrscheinlich eher zusammen und so habt ihr schon wieder euer fünfwelliges verhaltensmuster und jetzt wird es spannend sein ob wir hier größenmäßig wie hier bleiben also brüche dieser zwischenhochmarke wären vielleicht sogar noch mal für long ich weiß es nicht denkbar wäre es dass wir noch mal ein bisschen höher gehen ganz ausschließend will ich es nicht aber das hängt jetzt davon ab ob wir hier den fünf feller runter und korrektiv nach oben bekommen oder ob wir diese zwischenhochmarke hier entsprechend triggern soweit der dax wie sieht es im amerikanischen markt aus und da wir gestern darüber gesprochen haben gucken wir uns doch noch mal diesen hier an machen bisschen manöverkritik wir hatten gestern ich will es nur verkürzt darstellen sonst schaut euch die aufzeichnung von gestern an hierüber gesprochen das sei wackelig ich habe gesagt wenn du das hier nach oben durchstößt dann long er hat es nicht gemacht er ist noch weiter gefallen hat noch mal ein hoch und ein tief gemacht das heißt letzte tief vorletzte tief zwischenhoch wäre ein möglicher long einstieg mit hoffnungsvoller erwartung dass der kurs sogar in der folge diese marken noch mal erreicht also ihr seht das long bild gilt nach wie vor jetzt müssen wir noch eins gucken wie weit war der rücksetzer denn ihr wisst die blaue box die geht bis 38 50 61 8 da wollen wir eine korrektur drin haben er war ein bisschen tiefer das ist nicht ganz optimal das ist häufig fürs crv nicht so toll aber er ist immerhin oberhalb dieser marke geblieben wäre er hier noch drunter gegangen wäre für mich die long seite definitiv gestorben für mich ist die 78 6 da eine killermarke die letzte verteidigungslinie wie wir dazu sagen die ist jetzt nicht im sinne von naja also das ist jetzt hoch wissenschaftlich das ist einfach nur statistik ist irgendwann kippt das immer mehr in den nachteil wir haben uns für diese marke entschieden wenn ihr jetzt sagt bei 75 mei mein killer oder bei 80 kommt das ungefähr aufs gleiche ergebnis raus aber eine fibromarke haben wir da da können wir uns da ganz gut orientieren und deshalb ist das unsere killermarke das heißt dieses tief ist zwar sehr niedrig aber es ist für uns noch okay für den anstieg wie gesagt und das wäre dann entsprechend der trigger zu diesem tief letzte tief vorletzte tief das hoch dazwischen ist klassischerweise unserer trigger um sehr vereinfacht mal zu sagen es gibt noch ein paar andere ansätze dazu aber hier in diesem video will ich jetzt mal relativ einfach halten und die hoffnungsvolle erwartung dass der kurs also das was wir hier vorne hatten das können wir noch mal hier zeichnerisch ein bisschen festhalten von hier unten bis zu diesem hoch dass wir diese marke in etwa noch mal sehen also der kurs hätte noch ein gutes stück potenzial und wenn ich mir diese bewegung jetzt hier angucke diese aufwärtsbewegung und jetzt diese abwärtsbewegung ich mache mal diese roten linien hier weg wir haben jetzt schon abgefrühstückt und jetzt machen wir mal den gleichen test wieder für all diejenigen die jetzt sagen ich weiß noch nicht jetzt machen wir den gleichen test wieder tiefste punkt messen höchste punkt messen der kurs sollte idealerweise in diese kiste rein er ist ein bisschen zu hoch aber man kann durchaus sagen es ist in ordnung das wäre eine mögliche trigger marke im sinne der starken bewegung drei wellig runter wenn diese marke getriggert wird dass wir in etwa das was wir hier haben noch mal haben und dann kommen wir ebenfalls auf so ähnliche niveaus hier oben also ich sehe ein ganz gutes potenzial wer noch nicht sich getriggert hat oder noch nicht getriggert ist hier auf dieser geschichte hat hier noch mal die möglichkeit vielleicht einen einstieg zu finden auf dieser geschichte und wenn der kurs hier noch mal einen tiefer geht dann wäre es mir fast noch lieber denn dann werden wir wirklich hier in unserer zone in der blauen drin und dann würde der trigger von da oben natürlich wandern auf dahin denn das wäre ja dann letzte tief hier vorletzte tief hier und das hoch dazwischen also ihr seht das ganze verschiebt sich dann einfach auf das nächste niedrige niveau aber ansonsten bleibt das mehr oder weniger das was wir vorne haben das sollte idealerweise sich dann hinten von dem tieferen tief noch mal dann ergeben also ihr seht es gibt da zahlreiche möglichkeiten sich dem chart zu nähern zumindest gefällt mir die aufwärtsseite im moment besser denn die abwärtsseite ist zumindest wenn es hier getriggert wird korrektiv hier ist es ein bisschen tricky weil wenn wir mal angucken da vorne gab es noch überlappungen hinten hatten wir immerhin keine überlappungen mehr also das ist so ein bisschen suboptimal je mehr überschneidungen es gibt desto eher es ist korrektiv desto eher es ist die falsche richtung aber hier vorne hatten wir immerhin mehrere überschneidungen deshalb gehe ich schon eher von der long seite aus noch besser wäre es jetzt natürlich wir würden dieses niveau oder falls ja noch mal einmal dieses tiefere tief da machen sollte dieses niveau also hier ist diese bewegung die ich jetzt hier mal angedeutet das ja nun modell bewegung das wissen wir noch nicht ob so kommt aber wenn er die macht dann quasi dieses hoch hier wenn er das dann entsprechend bricht das mitzunehmen finde ich ebenfalls eine ganz schicke geschichte wenn er es macht wäre es doch eigentlich ganz klasse also noch nicht so richtig negativ beim s&p 500 zumindest mal aktuell das sieht auch im nasdaq nicht großartig anders aus wir haben eine relativ deutliche aufwärtsbewegung allerdings tipp für die profis unter euch das hat so ein bisschen was von einer seitwärts korrektur seitwärts korrektur ist immer wenn der höher ist als der ausgangspunkt und das ist meistens nicht so schön zu triggern für den einstieg sei denn er macht jetzt vielleicht doch noch irgendwie sowas dann kann man sich hier natürlich auch orientieren aber ich habe es gestern schon erwähnt nehmt das chartmuster was am saubersten am ordentlichsten aussieht und handelt das also hier hatten wir es gestern auch der war allerdings hier noch relativ kurz aber auch hier ist ja zumindest die abwärtsseite jetzt noch nicht so richtig mit druck hier hinten die aufwärtsseite allerdings auch noch nicht so wahnsinnig stark also der s&p gefällt mir da aktuell eigentlich ganz gut und bietet da vielleicht das beste bild wie passt denn das jetzt aber hier hast du doch irgendwas mit abwärts gezeichnet ja das sind alles nur momentaufnahmen im fünfminuten chart die wir hatten für die nächsten stunden im übergeordneten bin ich nach wie vor der meinung haben wir eine realistische chance dass das die stärkere ist hier schon die stärkere war und wenn wir hier irgendwie die unterseiten dann rausholen dass wir dann hier die abwärtsseite noch mal fortsetzen und dann die tieferen tiefs hier beziehungsweise die die korrekturen hier erreichen 32.000 vielleicht beim dow jones würde ich jetzt mich nicht wundern wenn das tatsächlich passiert aber aktuell gibt es für mich da noch keinen grund direkt loszuschlagen also noch sehe ich es hier jetzt aktuell nicht also spannend deutscher markt am ehesten in der chance jetzt auf die rückseite zu gehen also auf die auf den rückwärtigen move zu gehen der dow jones vielleicht der als erstes in dieses konzert mit reingeht jetzt höre ich viele schon sagen ja ja der dow jones macht das nach was der dax macht es ist tatsächlich manchmal so dass der dax vorläufer ist dieser bewegung das liegt jetzt nicht an der bedeutung des deutschen marktes sondern es liegt teilweise auch daran dass amerikanische investoren sich dann aus dem einen oder anderen zurückziehen zuerst mal im ausländischen markt und dann im inländischen markt also insofern ist es durchaus auch historisch immer wieder mal so gewesen dass auch der dax vorläufer ist aber wie gesagt nicht aufgrund der wichtigkeit sondern weil im regelfall dass die amerikanischen oder andere ausländische investoren hier zuerst gesagt haben finden wir nicht so gut da gehen wir mal lieber raus so in dem sinne wünsche ich euch jetzt bei eurer entscheidung wie ihr euch festlegen wollt im größeren oder im kleineren bild vielleicht fünf minuten chart was wir angeguckt haben bei den amerikanern oder beim dax dann vielleicht eher auf die mehreren stunden jetzt dann sich konzentrieren vielleicht wie es dann morgen weitergeht für eure entscheidung drücke ich euch auf jeden fall die daumen sagt alles gute und liebe grüße